Hallo Leute, herzlich willkommen bei Kochlust. Und was machen wir heute für ein Sandwich? Ein griechisches. Ein griechisches Sandwich? Ja, ich weiß nicht, ob es griechisch ist. Wir nennen es halt griechisch. Wir haben es einfach so genannt. Nennen es auch anders, wie ihr wollt. Einfach ein Sandwich. Ein Sandwich gibt es. Ihr denkt jetzt, okay, ein Sandwich ist etwas Leichtes. Aber wir möchten heute mal was Eigenes probieren. Das ist eine einmalige Sache. Keine Angst, wenn euch das Video überhaupt nicht gefällt, einfach abschalten und kommt nächste Woche wieder. Das wird jetzt einmalig. Wir probieren mal, wie wäre unser Video, wenn wir... Jung und fresh wären. Ja, also ein ganz junger Kanal mit allen hippen Sachen. Also nicht so, weil einer hat mal in den Kommentaren, hört man ja oft, sie finden es cool. Unsere Videos sind halt so real, richtig und halt normal. So echt halt, weißt du, nicht so dieses Überspitzte. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir mal sowas. Für den Kontrast, ja. Deswegen wollten wir euch noch mal auf warnen und ja, dann probieren wir das jetzt mal. Hallo! Leute! Herzlich willkommen bei... Kochlust! Oh mein Gott! Schön, dass wir wieder dabei sein, Freunde. Heute gibt es das super Sandwich. Das auf griechische Art. Okay. Dazu brauche ich auch ein Tramecini. Was brauchst du noch? Ein Avocado. Scheiße, habe ich vergessen. Aber dann fliegt es mal los. Dann hole ich die mal schnell. Achtung, eins, zwei, drei. Das war ja jetzt schnell hier. Eine Gurke. Eine Gurke. Und Olive. Und dass wir das Ganze auch wirklich griechisch nennen können, brauchen wir natürlich einen Feta. Oh, ja. Den hier. Au, Schatz, und irgendetwas zwickt mich heute im Schuh. Ich habe heute, glaube ich, den ganzen Tag schon einen Stein im Schuh. Warte, ich schau mal nach. Oh mein Gott, das war kein Stein. Das war ein Gurken. Tu mal den Sandwich. Ja, natürlich. Dazu noch ein paar andere Sachen. Ein bisschen Tomaten, Mayonnaise, ein bisschen Hühnerfleisch, Gewürze und auch alles andere. Aber weißt du, was wirklich noch wichtig ist? Salat. Und wo haben wir denn Salat? Am Balkon. Wo ist dein Finger? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht zum Balkon. So, das Händel muss erst mal gebraten werden. Griechisches Olivenöl. Salz. Verfahren. Großmarin. Kämie. Regano. Kämie. Talat 45. Wir lassen uns die Vicksalte, aber wir lassen uns die Vicksalte. Astro. Astro. Galaxie. I don't fucking see Astro. Yeah. They did it again. Look, okay, she sendin' pics from me before they hit the ground. All night we runin' numbers on a fitness ad. This is a cricket match, couple dead fair. With your wife, you think she leavin' with my hoodie, toe to give it back. Stop off at the hometown, lookin' like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and they ain't feelin' that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck about I'm bunk, I'm done layin' low. I'm done actin' like the enemy ain't made of gold. Solid to the core, I can never play a role. And if she tryna choose, tell her I don't take a rose. Known that hit, make her fall in love and take her soul. Yeah, check the body cap, but I ain't saving bones. This is the favorite song, once I go and lay the votes. Suckers staying close, strangers taking notes, so we stay at home. Traps, I'ma callin' coke and at the cribbo. Y'all that said to Barcelona, got the game I love and live, oh. Guess I gotta go and save it, kill them off and bait the minos. Tryna fry the bigger fish and set the table for the kibbo. Was haben wir jetzt die Gewürzgurken gebraucht? Wir brauchen das Glas. So, und heute ist der supergeile Sandwich, griechisch Style. Aber für was hast du die Gewürzgurken eigentlich gebraucht? Die haben wir gar nicht gebraucht. Die haben wir gebraucht, um zu schauen, ob ihr auch gut aufpasst, dass wir die gar nicht drin haben, ja. Nö, die brauchen wir nicht. Hau mal rein, Herr. Hau mal, ne? Ich hoffe, das geilste Sandwich, das ich je gegessen habe. Das Sandwich macht mich richtig nass, Herr. Das Sandwich ist einfach hammermäßig. Hammer-Style, Herr. Quick-Style. Voll fett. Echt Digga. So, Freunde, war cool, dass ihr am Start wart und uns hier zugeschaut habt bei diesem freshen Sandwich. Probiert das aus, oder? Freunde, das müsst ihr unbedingt essen. Das ist einfach nur genial, hammermäßig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. So, jetzt nehmen wir den Hut mal wieder runter. Warum habe ich eigentlich den Hut gehabt? Keine Ahnung, ich finde den ganz gut. Also, Leute, so ungefähr wäre ein Video, wenn man es ein bisschen hip machen würde, mit ein bisschen Musik, mit ein bisschen kurzgeschnitten, zusammengeschnitten. Auch wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht und ein bisschen kurzweiliger. Ja, aber wir bleiben schon bei unserem Alter in Style, oder? Ja. Einfach. Aber, war mal ein Versuch. Mal schauen, wie es euch gefallen hat. Wir wollten sowas auch mal machen. Könnt ihr jetzt gerne mal essen? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, hey. Ich freue mich drauf. Okay, ciao. Ciao. Hm. Wäre total, Marcelo. Hm. Das war echt bang, als wäre es sehr, ja, immer. Ich weiß, das ist super. Ah, warte mal. Ach so, Leute, und wenn euch das Video gefallen von uns, Daumen hoch und ein Abo, hey. Kommt schon, helft uns beim Wachsen, das wäre super. Ciao.